Was ist der Treffen zur Politik-Tradition? Die Beziehungen zu Brüssel werden auch für die Zukunft von immenser Bedeutung sein. Die Euregio spielt in dieser Beziehung eine immer wichtige Rolle. Wir wissen, dass auf europäischer Ebene jetzt die Programme erstellt werden zwischen 2014 und 2020. Und wir haben das Glück, dass wir eigentlich recht gute Beziehungen haben mit dem Kommissar für die Landwirtschaft, der ja jetzt einige Zeit hier in Südtirol war und einige Gebiete besucht hat. Und auch mit Präsident Hahn, der unser Gebiet sehr gut kennt. Und wir haben Vorschläge bereits ausgearbeitet. Es ist wichtig, dass wir mit der EU darüber reden, wie sollen sich die ländlichen Gebiete, wie sollen sich die Berglandwirtschaft, wie sollen sich Klein- und Mittelbetriebe, aber auch die ländlichen Gebiete insgesamt in Bezug auf die Zentren entwickeln. Und wir haben hier, glaube ich, gute Chancen, dass wir für Innovation und Forschung, dass wir aber auch für Forschungseinrichtungen wie Leinburg und wie Eurag und so weiter auch entsprechende Unterstützungen bekommen. Landeshauptmann Durnwalder hat auch das Verhältnis zur italienischen Zentralregierung in dieser heiklen wirtschaftlichen Situation genauestens und im Detail analysiert. Es steht außer Frage, dass Südtirol sich an der Sanierung des nationalen Haushalts beteiligen will und wird. Genauso außer Zweifel bleibt aber auch, dass das Autonomiestatut respektiert werden muss. Wir haben mit Trump zwei große Probleme. Eines ist die finanzielle Seite. Wir haben nie gesagt, dass wir nicht auch bereit sind, unseren Anteil zu übernehmen. Wir sind bereit mitzuhelfen, dass die öffentliche Verschuldung entsprechend reduziert wird, dass Einsparungen gemacht werden und so weiter. Aber das muss mit uns in einer Verhandlung festgelegt werden, welchen Betrag wir bringen müssen. Und dann ist der zweite Teil, das ist die Autonomie. Wir wollen selber festlegen, wo wir die Einsparungen machen, damit wir zu diesem Betrag kommen. Wir akzeptieren nicht, dass Roma uns einfach behandelt wie Regionen mit Normalstatut. Einfach gesagt, in dem und dem und dem Bereich, in der Sanität oder in der öffentlichen Verwaltung oder bei den Gemeinden oder irgendetwas müsst ihr so und so viel einsparen. Wir wissen am besten, wo wir die Einsparungen machen können und das ist ja unsere Autonomie. Dass wir eine praxisnahe Politik betreiben können und wir werden den Betrag aufbringen, aber wir sagen, wo. Und wenn das nicht akzeptiert wird, dann müssen wir halt zum Verfassungsgerichtshof gehen. Der Verfassungsgerichtshof wird Entscheidungen treffen. Sollte es negativ sein, dann müssen wir zu Österreich gehen, als Schutzmacht und sagen, der Vertrag wird nicht eingehalten, unsere Autonomie wird nicht respektiert. Und wenn Österreich wird dann bilaterale Verhandlungen aufnehmen und wenn auch das zu keinem Ergebnis führen würde, dann müssten sie zum internationalen Gerichtshof in Den Haag gehen. Denn wir verlangen ja nichts anderes, als dass unsere Autonomie, die Verfassung, die italienische Verfassung eingehalten wird. Und ich glaube, dass wir schon dieses Recht haben. Südtirols Landeshauptmann hat auch die Schwerpunkte aufgezählt, welche in den nächsten Monaten vor den Landtagswahlen im Herbst 2013 auf lokaler Ebene noch angegangen werden müssen. Wir haben in nächster Zeit ein großes Verzeichnis und eine Auflistung von Problemen, vor allem zunächst einmal, was die Gesetze anbelangt. Wir müssen versuchen, dass wir das Wahlgesetz über die Bühne bringen, dass wir das Ortsnahmensgesetz über die Bühne bringen, dass wir vor allem auch die Basisdemokratie, den Gesetzeentwurf noch weiterbringen und so weiter. Wir haben dann auch Gesetze noch, ganz gleich, ob es der Energiesektor ist, wo wir jetzt einige Gesetze machen müssen. Auch was die Urbanistik anbelangt, den Landschaftstutz anbelangt, was den Lehropa anbelangt und so weiter. Wir haben dann vor allem auch, was die Konzession der Autobahn anbelangt. Das heißt, es sind noch eine ganze Menge von Problemen, die eben in nächster Zeit gelöst werden müssen, und zwar wahrscheinlich in den ersten sechs Monaten, denn Sie wissen ja, vor den Wahlen in sechs Monaten geschieht relativ wenig. Bürokratieabbau, Reduzierung der Kosten der Politik, Maßnahmen zugunsten der Familien und geringer Verdienenden und dann die Unterstützung der Kleinbetriebe und des Exports. Dies sind die Schwerpunkte der Landesregierung, um der internationalen Wirtschaftskrise Herr zu werden und den Lebensstandard in Südtirol erhalten zu können. Nicht alles kann unterstützt werden. Wir müssen Prioritäten setzen, stellt Landeshauptmann Durenwalder fest. Er hat auch wieder klargestellt, dass er nicht vor hat, nochmals zu kandidieren. Das war aber vorgebracht. Nichts wird getan. Das heißt, man interessiert sich zur Zeit, bei der